Freche Fragen an Pflegekräfte. Würdest du dich heute für einen anderen Beruf entscheiden? Nein. Das weiß ich nicht so genau. In letzter Zeit habe ich doch das eine oder andere mal drüber nachgedacht, auch als ich so Mitte 30 war und die Wendezeit kam. Da habe ich überlegt, kann es nicht vielleicht nochmal was anderes machen und habe überlegt, gehst du zur Polizei. Aber das habe ich dann irgendwie alles wieder verworfen und bin doch hier geblieben. Ich glaube nicht. Also vielleicht in eine andere Richtung, aber so der Beruf, den ich jetzt ausüben kann, der macht mich glücklich. Das auf jeden Fall? Nein, definitiv nicht. Ich denke, jeder Beruf hat seine schönen und schlechten Seiten, aber es wird definitiv immer in diesem Beruf bleiben. Ja.